Marco Nautic ist 90 Minuten gerannt, hat das 1-Tor von Januzović vorbereitet und hat in der 88. Minute diese Riesen-Riesen-Chance gehabt. Marco, wie war das, diese Chance? Erstmal will ich sagen, Entschuldigung ans ganze Land, das war mein Fehler. Es gibt keinen Ausgang, ich muss den Ball machen, man kann sagen, der ist aufgesprungen, man kann sagen, ich habe ihn gefälscht erwischt, man kann sagen, neu hat ihn abgesprungen, ich weiß es nicht. Ich muss den Ball machen, man kann sagen, der ist aufgesprungen, man kann sagen, ich habe ihn gefälscht erwischt, man kann sagen, neu hat ihn abgesprungen, ich weiß es nicht. Scheiß, also wir, ich denke, wir waren klar überlegen, die Deutschen, die kombinieren halt gut, aber das schöne Fußball, das bringt nichts. Die haben meine LF-Meter bekommen, ich weiß nicht, ob der gerecht war oder nicht. War nicht gerecht, das war abseits von raus vorher. Scheiß, bitteschön. Also, wie man sieht hat, die haben die wieder nur gewonnen mit Gerechtigkeit, also mit Glück, kann man sagen. Scheiß, bitteschön. Man kann sagen, der ist aufgesprungen, man kann sagen, ich habe ihn gefälscht erwischt, man kann sagen, neu hat ihn abgefälscht, ich weiß es nicht. Ich muss den Ball machen, man kann sagen, der ist aufgesprungen, man kann sagen, ich habe ihn gefälscht erwischt, man kann sagen, neu hat ihn abgefälscht, ich weiß es nicht. Scheiß. Der Ball springt dann noch auf, genau vor ihm, also es soll keine Ausrede sein, aber der Ball springt eben hoch, sodass er den Ball nicht auf den Schuh hat und ich würde sagen, dass er da wirklich nichts anderes machen kann. Man kann sagen, der ist aufgesprungen, man kann sagen, ich habe ihn gefälscht erwischt, man kann sagen, neu hat ihn abgefälscht, ich weiß es nicht. Ich muss den Ball machen. Man kann sagen, der ist aufgesprungen, man kann sagen, ich habe ihn gefälscht erwischt, man kann sagen, neu hat ihn abgefälscht, ich weiß es nicht. Scheiß. Und dann hätte an Autowitsch der große Held werden können, weil er hat das 2 zu 2 auf dem Fuß gehabt. In der 87. Minute, Janscher auf der linken Seite mit einem super Pass und dann... Man kann sagen, der ist aufgesprungen, man kann sagen, ich hab ihn falsch erwischt, man kann sagen, neu aus dem Markt gefällt, ich weiß es nicht. Ich muss den Ball machen, man kann sagen, der ist aufgesprungen, man kann sagen, ich hab ihn falsch erwischt, man kann sagen, neu aus dem Markt gefällt, ich weiß es nicht. Scheiß, bitteschön. Scheiß, bitteschön.